Ein animiertes Häkchen zeichnen Ein Häkchen zu animieren ist sicher kein Problem. Dabei aber einen Stift mitzubewegen, sicherlich eine deutlich größere Herausforderung. Wir zeigen, wie Sie dabei vorgehen. Zunächst wird über Einfügen, Clipart, ein passender Stift ausgewählt. Machen Sie einfach einen Doppelklick auf das Suchergebnis, um die Grafik einzufügen. Nun wird gleich einmal der Stift so animiert, dass er bei der Bewegung ein Häkchen zeichnet. Dies gelingt am besten über eine benutzerdefinierte Pfadanimation. Als nächstes fügen Sie über Einfügen formen eine Linie ein. Zeichnen Sie die Linie so, dass sie von der Stift Spitze wegführt und den ersten Teil des Häkchens bildet. Dann ändern Sie im Registerformat die Stärke der Formkontur. Schließlich versehen Sie das Häkchen noch mit einer grünen Farbe. Nun wird die Linie animiert und zwar am besten mit der Eingangsanimation Wischen. Allerdings müssen Sie die Effektoptionen so abändern, dass der Wischeffekt von links nach rechts ausgeführt wird. Nun müssen Sie die Linie noch parallel zum Animationspfad ausrichten. Schließlich kopieren Sie die Linie mittels STRG plus D und richten die Kopie so aus, dass sie die zweite Linie des Hakens bildet. In den Effektoptionen wählen Sie für die zweite Linie von unten oder von links. Schließen Sie nun das angedockte Clipart-Fenster und öffnen Sie den Animationsbereich über die gleichnamige Schaltfläche im Register Animationen. Jetzt müssen Sie den Startpunkt und die Dauer der Animationen der beiden Linien abstimmen, sodass zuerst die eine Linie gezeichnet wird und unmittelbar darauf die zweite. Außerdem soll das Zeichnen parallel zur Bewegung mit dem Stift erfolgen. Wenn alle Einstellungen getroffen sind, klicken Sie auf Wiedergabe, um die Animation abzuspielen. Hoppla, das war aber so nicht geplant. Die zweite Animation muss zusammen mit der vorherigen abgespielt werden. Außerdem ist noch etwas Feinarbeit bei der Zusammenführung der beiden Linien notwendig. So, nun sieht das schon viel besser aus. Wenn Sie noch Feintuning vornehmen und auch den Stift selbst mit einer Eingangs- und einer Ausgangsanimation versehen, dann könnte das Ergebnis schließlich in etwa so aussehen. Vielen Dank.